Soziale Netzwerke haben viele Funktionen. Xing setzt ganz auf die berufliche. 13 Millionen Mitglieder sind im deutschsprachigen Raum dabei, bei der Online-Jobsuche gehen Türen schließlich schneller auf. Dabei sind aber auch die Arbeitgeber, denn auch für sie ergeben sich durch diese Netzwerke neue Chancen, sich zu präsentieren und diejenigen zu finden, die am besten passen. Über den Wettlauf auf dem Arbeitsmarkt wollen wir reden mit Xing. Mein Name ist Ralf Schepanski, willkommen bei The Business Debate. Frank Kassler, Experten sagen, auf dem Arbeitsmarkt geschieht gerade der größte Umbruch seit der industriellen Revolution. Teilen Sie diese Meinung? Das ist richtig. Wir sehen, dass die Digitalisierung neue Anforderungen an den Arbeitsmarkt stellt. Zum Zweiten sehen wir, dass letztendlich die Arbeitnehmer immer älter werden und einhergehend letztendlich langfristig weniger Arbeitnehmer zur Verfügung stehen und zum Glück eine sehr robuste deutsche Wirtschaft. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist auch, dass sich die Arbeitnehmer verändern und gerade die Jüngeren, die sich ein Stück weit neu erfinden, wenn man so möchte. Nämlich das Thema Geld steht nicht mehr im Vordergrund, ist nicht mehr die Hauptmotivation, sondern der Sinn der Arbeit, gerade bei den Jüngeren, Sinn stiftende Arbeit. Und das zusammenstellt ganz neuartige Herausforderungen an die Unternehmen. Und haben Sie den Eindruck, dass die Unternehmen da auch schon mithalten und auch Schritt halten bei dieser Digitalisierung? Wir haben, wie Sie sagen, das volle Potenzial noch nicht realisiert, was Digitalisierung für uns bedeutet und bringen kann. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir in Deutschland das schaffen können. Doch vor dem Tun muss erst mal die Einsicht kommen. Wir haben uns gemeinsam mit der Universität Mannheim gefragt, beziehungsweise Unternehmen befragt, wo stehen Sie denn in der Digitalisierung. Voraus kam, dass 97 Prozent der Mittelständler glauben, sie sind auf Augenhöhe mit ihrem Wettbewerb, was Digitalisierung anbelangt. Wissen Sie auch, das kann so nicht ganz hinkommen, mit 97 Prozent. Gut zu sehen ist allerdings, dass bei 87 Prozent Einsicht ist, was das Potenzial anbelangt, von Digitalisierung, gerade im Personalbereich. Wobei hier der Handlungsdruck der Personaler größer ist als der Handlungsdruck der Geschäftsführung. Der Handlungsdruck bei den Arbeitnehmern ist nicht ganz so groß. Also gute Köpfe können Sie sich momentan aussuchen, wo sie hingehen, sind heiß und borben. Wie erleben Sie denn den Wettkampf um die besten Köpfe? Unternehmen haben massive Schwierigkeiten. Vier von fünf Mittelständlern sagen, ich finde gar nicht mehr die Menschen, die ich brauche, beziehungsweise ich kann meine Position nicht mehr besetzen. Und ein Indikator dafür ist zum Beispiel ein weiterer. Wir haben derzeit 1,1 Millionen unbesetzte Stellen in Deutschland. Bisher war es so und auch mal gern genommen Personalberater, also Headhunter, haben diesen Markt lange unter sich aufgeteilt. Verändert sich das gerade? Ja, auch da sehen wir eine große Veränderung. Traditionell war es ja so, ich habe, wenn ich eine Führungskraft gesucht habe als Unternehmen, bin ich zum Personalberater, muss sie 30 Prozent bezahlen des Jahresgehalts und habe dann jemanden bekommen. Fachkräfte habe ich traditionell über die Stellenanzeige gesucht. Diese Methodiken, diese Hebel funktionieren so nicht mehr. Es kommen nur noch sehr, sehr wenige Bewerbungen auf traditionelle Stellenanzeigen. Also müssen die Unternehmen und die innovativen Unternehmen tun, dass bereits neue Wege gehen. Ein neuer Weg kann zum Beispiel sein, Xing zu nutzen. Wir bei Xing haben 13 Millionen Menschen, die täglich im Kontakt, im Austausch miteinander sind. Auf der anderen Seite bieten wir Unternehmen Werkzeuge, mit diesen 13 Millionen Talenten in Verbindung, in Kontakt zu kommen und letztendlich Beziehungen aufzubauen und sie direkt anzusprechen mit dem Vorteil, zum einen die Kosten zu sparen, aber auch den richtigen Mitarbeiter schnell zu finden. Das bedeutet aber auch für die Unternehmen neue strategische Herausforderungen. Bisher konnte man sich bedienen aus dem, was es gab auf dem Arbeitsmarkt. Jetzt muss man strategisch denken. Können Sie verstehen, dass man da auch Angst und Respekt vor hat? Es ist in der Tat eine Herausforderung für die Unternehmen und in dieser Herausforderung möchten wir die Unternehmen begleiten. Zum einen durch Beratung, durch Schulung oder durch Austausch und Best Practice. Wir haben mehr als 20.000 Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die unsere Kunden sind. Das heißt, wir wissen wirklich, wie Recruiting in Deutschland funktioniert. Wichtig ist jedoch, dass Unternehmen zum einen wirklich das volle Potenzial der Digitalisierung sehen im HR-Bereich, dass sie ihr Recruiting neu aufstellen, von reaktiv zu proaktiv, die Prozesse überdenken, die sie unterstützen mit neuen Werkzeugen, um die Prozesse messbar zu machen und letztendlich dort sind, wo der potenzielle Kandidat ist. Nämlich auf einem beruflichen sozialen Netzwerk, einem Umfeld wie zum Beispiel Xing von Kassler. Vielen Dank für Ihren Blick aufs Business und wir sehen uns wieder bei der nächsten Business Debate. Auf Wiedersehen.